Philipp Schobesberger verlängert seinen mit Ende der laufenden Saison auslaufenden Vertrag bei Rekordmeister Rapid Wien bis 2022. Nach monatelangen Verhandlungen hat sich der 23-jährige Flügelflitzer erneut für eine Zusammenarbeit mit den Hütteldorfern entschieden. Eine Herzensangelegenheit, denn Schobi will nicht zu Red Bull Salzburg. Hallo liebe Rapid Fans, da ist der Philipp Schobesberger. Ich freue mich, dass ich meinen Vertrag gerade bis 2022 verlängert habe und freue mich auf eine erfolgreiche Zukunft mit euch. Liebe Grüße. Die Grün-Weißen haben in den letzten Jahren viel Freude und erleben nur selten einen Bauchfleck mit dem quirligen Mittelfeldturbo, der stets den Zug zum Tor sucht. Dass der Blondschopf, der zurzeit oft die Joker-Rolle einnimmt, nicht nur kuriose, sondern auch sehr schöne Tore erzielt, beweist er mit diesem herrlichen Treffer. Und wenn er bei Rapid weiterhin so starke Leistungen zeigt, dann wird der einfache Teamspieler wohl auch bald in der österreichischen Nationalmannschaft für Furore sorgen.